Mit großer Wucht trifft eine Kugel aus 50 Metern auf eine Stahlplatte. Bei welcher Geschwindigkeit durchschlägt sie das Metall, das ist nun die entscheidende Frage. Denn damit wird klar, welche Bedrohung dieser Stahl aushält. Das gilt auch für Glas oder gepanzerte Fahrzeuge. Durch die Terrorgefahr hat das Beschussamt nun deutlich mehr Arbeit. Es werden momentan sehr viele Schutzausrüstungen, sei es jetzt für Polizei oder Militär oder sonstige Sicherheitskräfte angeschafft, die sich dann vor Angriffen aus Schusswaffen oder auch Stich- und Schlagwaffen schützen wollen. Wir stellen Prüfzertifikate aus, mit denen sich die Hersteller oder Händler dann bei Ausschreibungen bewerben können, um ihr Produkt dann verkaufen zu können. Nur wenn eine Waffe dieses Prüfzeichen hat, darf sie verkauft und damit geschossen werden. Und jede Waffe, die in Deutschland hergestellt oder importiert wird, muss amtlich geprüft sein. Dafür arbeiten die Mitarbeiter des Beschussamtes eng mit Waffenproduzenten zusammen, ebenso mit Jägern, Sportschützen und Sammlern. Mehrere tausend Waffen werden pro Jahr in Mälrichtstadt untersucht. Allerdings geht es dabei um reine Sicherheitskontrollen, nicht um Zielgenauigkeit oder Montage. Und das Beschussamt testet nur Waffen für zivile Nutzung. Polizei und Militär prüfen selbst, auch wenn diese Gewehre im Beschussamt aussehen wie Kriegswaffen, zumindest für Laien. Anders ist dies bei Schutzwesten für Soldaten und Polizisten. Wegen der Terrorgefahr müssen derzeit immer mehr Westen geprüft werden. Speziell in diesem Bereich gibt es unterschiedliche Klassen. Momentan ist die Bedrohung mehr auf Kalaschnikow und da ist eigentlich die Polizei momentan noch nicht so geschützt. Das heißt, die Polizeien wollen ihre Bediensteten auch sichere Schutzwesten gegen Kalaschnikow zur Verfügung stellen. Die Westen werden intensiv und sogar für verschiedene klimatische Bedingungen getestet. Diese Weste hier hat die Prüfung nicht bestanden. Wobei jedoch ausnahmsweise zwei Geschosse auf das gleiche Ziel am Körper abgefeuert wurden, um zu demonstrieren, welch schwere Verletzungen entstehen können, wenn eine Weste nicht standhält. Das ist die Verletzungen, die wir in der Zeit haben.